Sagi, dein perfekter Superbowl findet statt in welcher Stadt? In Los Angeles. Und welche Teams stehen sich gegenüber? L.A. Rams gegen Pittsburgh Steelers. Wer singt die US-Hymne vor dem Spiel? Drake. Wer führt den Cointoss durch? Justin Bieber. Wie lautet der Endstand? 28, 26. Für? L.A. Rams. Wer wird MVP? Jared Goff. Wer tritt in der Halbzeit-Show auf? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen Gary Scott. Welchen Snack gönnst du dir dazu? Chicken Rings. Du hast eine Loge bekommen im Stadion und darfst zwei Mitspieler mitnehmen. Ich nehme Niki und Marius mit. Und du hast dann noch Platz in der Loge für zwei Promis? Ich freue mich, ich nehme nur die zwei. Das war's für immer wieder. Ich halte das. Ich halte die Laufzeit.